Hallo und ikomai! Herzlich Willkommen zum neuen Fortnite Shop. Heute am Sonntag den 23. April. Leider heute nicht so ein spannender Shop, aber wir gucken trotzdem einmal rein. Hier haben wir die verschiedenen Skins von der Banner Brigade. Hier die verschiedene. Und zeige ich euch gerade einmal. Da kann man hier vorne ein Banner draufpacken. Da haben wir auch noch die Herren. Hallo? Nehme mal den. Hier sind dann die Ausrüstungssachen dazu. Hier gibt es einmal die Lackierung, wo man seinen Banner draufpacken kann. Umhang. Und hier noch so ein Bannerschild. Die Wappenhacke. Hier schwenkt man dann so. Und dann haben wir, genau, Bannatran. Was man dann so schwenkt. Und der Gleiter. Das ist eigentlich schöne Sachen. Hier sind sie alle nochmal einzeln. So, und dann haben wir, wir haben noch was Neues. Guck mal, Plasma-Kern. Etwas Neues gibt es dann doch. Habe ich eben ganz übersehen. Oh, die sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ich zeige mal in groß. Größer wird es auch nicht. Doch, die ist ganz nett. Die ist schön. Okay. Dann haben wir hier das Kürer-Paket zurück. Einmal mit dem Skin. Die gibt es dann auch noch in rosa. Dann einmal den Rucksack dazu. Auch den in rosa. Die Blockbeile. Auch in den beiden Farben. Und der Gleiter. Der natürlich auch. Dann alles einzeln. Hier unten haben wir ein Memento-Moke-Paket. Ach so, habe ich gar nicht gesagt. Die Bannerbrigade ist nach 34 Tagen zurück. Kürer nach 35 Tagen. Und die hier auch nach 34 Tagen. Also einmal Grabherz. Mit Skin dazu. Die Axt. Sound ist ganz nett. Das ist dann eine andere Variante davon. Und dann gibt es noch eine Lackierung. Trauersilber. Sieht eigentlich ganz nett aus. Hier alles nochmal einzeln. Dann haben wir die singende Sirene. Die ist immer noch im Shop. Und dann haben wir hier unten ein Galgenvögel-Paket. Das war doch auch erst vor kurzem da. Auch schon 54 Tage doch wieder her. Okay. Einmal die Gaunerin. Die gibt es dann noch in so einem Hummel-Stil. In gelb. Dann einmal die Tasche des Meisterdiebs. Den Halunken. Auch den gibt es hier in gelb. A la Hummel. Der hat eine Geldkassette. Dann hat er Sternennachtflug. Das ist der Gleiter. Und hier alles nochmal einzeln. Dann haben wir Rabatz zurück. Nach 70 Tagen. Das dürfte somit das seltenste für heute sein. Den gibt es dann auch in anderen Stilen. In so einem Zorn-Stil. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Und die den Rucksack. So. Dann haben wir Ranger. Der ist nach 42 Tagen zurück. Der Gleiter. Und die Lackierung. Oh. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Die Lackierung hier ist nach 680 Tagen zurück. Und da habe ich es glaube ich auch nicht gesagt. Der Gleiter nach 71 Tagen und Ranger nach 42 Tagen. Habe ich ganz vergessen. So. Inselstimmung. Nach 50 Tagen. Oberpeinlich. Nach 61 Tagen. Ja. Und hier sind die ganzen Pakete noch. Nichts Neues dabei. Neue Aufgaben von Coachella gibt es. Habe ich gesehen. Bin ich gleich auch mal ran. Alles klar. Dann wünsche ich euch einen schönen, entspannten Sonntag. Und wir sehen uns wieder heute Nacht. 2 Uhr. Mahalo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Sam. Bis zum nächsten Mal.